Ach, wie begrenzt. Ach, wie begrenzt. Ach, wie begrenzt sind des liebens große Stunden. Na, 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 na. Das meine ich ja, das hat's ja nicht gewesen. Was mit dem Messer gemacht? Ja ich muss schon auf, wer hockt schon gern rum allein? Und es wird später... Sert mich zum Anschauen! Erschlag sie doch nicht. Erschlag sie nicht. Erschlag sie doch nicht. Erschlag sie nicht. Wie in dem Film vorhin. Ja, genau. Muskeln. Haar überall. Haar. Und es ist ein kalter Panzer. Stark. Alles hart. Wie sie die Füße ringt. Magst du eine Waffe? Ich mach die. Die sind nicht gleich. Danke, nein. Verpasst was. Der Frühling scheidet, die Vögel weinen. Wer vorhin scheidet, die Vögel weinen, selbst in Fischen. Das ist von Fernando. Bestimmt. Der hat in der Hube einen Bart gemacht. Gestern. Mit Ellen. Sie stand auf. Aber nicht irgendeinen Bart. Nein, einen Hitler-Bart. Man fragt sich schon, wie der weiß, wer Hitler ist. Ein Kind von sechs Jahren. Und was arbeite ich? Nix. Nix, nix. Das musst du ja nicht. Was soll ich denn sonst machen? Regst dich denn jetzt so auf? Seit einer Stunde stehen wir hier und du sagst nix. Ich red die ganze Zeit. Ja, über Hitler-Bärte und Dellen und Puppen. Eine Puppe von einer Puppe. Hier geht's um Entlassung und dass du nix sagst. Ich hab von meinem Sohn geredet. Interessiert jetzt aber nicht. Ja, aber nicht schon. Tut mir leid, wenn ich das nicht verstehe. Na, 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 na. Na 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 Untertitelung des ZDF, 2020